Unsichtbarer Flip-Wall-Ride, das ist doch geil, bis du weh hast. Okay, hier oben fahren, so. Oh, das hat gut funktioniert. Ich hab ihn. Zieh nach oben, Mann! Wuff, meine Freunde, seid herzlich willkommen. Heute wieder Losers vs. Map-Erbauer. Heute haben wir den Extreme-Gamer dabei. Und natürlich Beko, wie immer. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich sage schon mal im Voraus, fick dich und ich hasse dich für die Hindernisse, die du eingebaut hast. Alter, Digga, drei Sekunden, dann werbe unfreundlich. Dankeschön dafür. Ah, ja, okay. Man kennt es. Ja, Extreme-Gamer, wir haben Anime-Fans Ehre genommen. Er lässt uns schon mal vorfahren, um zu sehen, wie wir verkacken. Ist da irgendwo noch ein Punkt? Ah, nee. Kein Troll. Es soll wohl unsichtbare Elemente hier geben. Ich bin gespannt. Ich bleib jetzt einfach hier gerade. Ich bleib auch mal gerade. Hier lang? Hä? Hä? Ich dachte, ich fahre hoch zum Container, um da durchzufahren und da ist einfach nichts mehr. Es ging mir genauso. Ja, wie er sich schon freut, Alter. Ich fahre da mal zum ersten Punkt, gell. Das heißt, versuchen wir unter... Okay, es war nicht voll. Was? Du kannst aber richtig, richtig lange geradeaus fahren. Irgendwann bin ich einfach gedroppt. Hinter dem Hochhaus bin ich gedroppt. Ne, ich bin noch weiter etwas höher gefahren als du. Du warst dann, bist du nur ganz leicht unten rausgeflimmt. Ich bin etwas höher gefahren. Ah, okay. Nicht viel. Was war bei dir? Und das ging auch relativ lange und dann bin ich, als ich ganz, ganz knapp an dem Hochhaus vorbeigefahren bin, bin ich oben raus. Das heißt, da musst du etwas runterziehen. Hä? Ja, ist klar. Digga, er ist so ein... Was ihr hier einbaut, Alter? Digga, wie soll man das wissen? Wo, wie, wann? Also, ich sag mal so, eingebaut habe ich da eigentlich nichts. Fahrt man wirklich einfach nur straight geradeaus. Hö? Okay, wir versuchen komplett gerade zu fahren. Los. Komplett gerade. Jetzt die ganze Zeit immer so... Haus oben drüber, das kleine Stückchen, da ist nicht viel Platz. Also, ungefähr anderthalb Autos und sonst kannst du wieder gerade fahren. Ich warte mal auf euch am Punkt. Na ja, ich fahre die ganze Zeit weiter. Hä? Okay, ich bin jetzt gegen den Kühler gefahren. Ja, du sollst ja nicht gegen den Kühler fahren, du Schlau-Kopf, Alter. Weiß nicht, ob der Ward da langführt? Guck mal, da kommt ja einer. Hallöchen, ihr habt's geschafft. Schlau. Wow, Alter. Was ist da? Auf das Gesicht freue ich mich. Erzähl. Nee. Einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus. Oh! Ich wusste, dass das Spiel ist. Und ich war halt gerade mit dem Sprechen. Und als ich den Speed bekommen habe, habe ich mich verschiss an meinen eigenen Worten, Alter. Und dann war mir die Bremse wieder. Dann war ja alles gut. Also gerade... So, wer da irgendwas Schwieriges gewesen, hättest du dir gesagt. Hat natürlich der Map-Award den klaren Vorteil. Aber wir haben ja auch Anime-Fans Ehre genommen. Wirklich? Ja, da muss ich ja mal gucken, ob ich da vielleicht wenigstens ein Teil zurückbekommen kann. Ey, schon alle Flex verkauft. Anime-Fans Ehre ist bei uns im Ziegen-Kiosk, Alter. Der ist da hinter der Glaswand verlockt, Alter. Gut, komplett oben. Sammler, so ein Anime-Sammler-Objekt, Alter. Darf man auch nicht auspacken, sonst ist es nicht mehr so viel wert. Alter, okay, jetzt kommen unsichtbare Dinger, dann hinterm... Ja, das ist haarig. Reckgeschert, Alter. Komplett oben. Einfach YOLO, einfach YOLO! Ja, okay, drei Pfeile. Ich fahre einfach mal unten lang. Ja. Ich bin halt durchgefahren einfach. Ja. Oh! Ich bin erstaunt, was für einen hektigen Skater in den Tag legen. Es gibt 15 Punkte. Der Extreme-Gamer ist schon 1 Minute 46 voraus. Sehr gut. Also, ich könnte ja jetzt weiter Trial haben. Ich stehe schon beim nächsten Punkt. Okay, du solltest jetzt einmal beim nächsten Punkt warten. Einmal nur. Ich fahre einfach nach den Containern straight in diese blauen Wände, weil ich dachte, okay, fährt er dann vorbei ganz knapp vielleicht? Äh, nein. Guter nicht. Ja. Muss er vielleicht langsamer werden. Mit Fullspeed bin ich da direkt reingeballert. Vielleicht kannst du ja einfach oben langfahren. Die Frage ist, wollt ihr Tipps haben? Niemals! Noch ein paar haben wir ja schon bekommen. Das soll hier nicht... Hä? Wir wollen ja nicht, äh, Losors-Koop-Map-Ebauer haben. Hä? Äh, 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 äh! Muss er nach unten ziehen? Ich glaube, es soll unten ziehen da. Ich habe keine Ahnung. Das blaue Ding, du musst reinfahren quasi und dann runterziehen. Ich glaube, da kann man durchfahren, wenn man runterzieht. Runterziehen? Okay. Ja, also wenn du nach oben ziehst, dann schaffst du dich nicht durch. Ja, mach mal hier einen gemütlichen. Oh! Warte, war das ein Monster? Ja, natürlich. So muss ich das anhören. Klick, klack! So, musst du ja ein Monster anhören. Prüsterchen. Ich glaube, du brauchst auch ein neues Mikrofon. Das hat sich angehört wie ein Rockstar. Prost, Extreme Game. Oder wie ein Red Bull hat sich das angehört. So eine kleine Dose. Kluck, kluck. Ah, nee. So, auf jetzt. Aussortiere ich. Nee, unten ist es nicht. Komplett unten langfahren kann man auch nicht. Okay, komm her, Extreme Game, gib mir den Tipp. Bei den blauen Wänden einfach über die oberste blaue Wand. Da passt ihr auch wieder so knapp anderthalb, vielleicht ein bisschen weniger Autobrein. Digga, und ich hör mir das an, fahr dabei in den letzten Container davor. Okay, ein Tipp haben wir uns jetzt ergaunert. Marvin ist eine kleine Muschi. Ja, du hast ja zugehört. Du musst eigentlich, musst du dir, wenn du einen Tipp kriegst, nicht, wenn du dir einen Tipp quasi einforderst, nicht eine Boxershots aufsetzen? Ist das nicht schummeln? Wieso ist das schummeln? Er hat es mir ja gesagt. Naja, aber ja. Und du hast zugehört. Also, ja, was soll ich machen, Alter? Soll ich mir Gurken in die Ohren stecken, oder was? Auf jeden Fall. Das hätten die Zuschauer wahrscheinlich auch gerne gesehen. Wahrscheinlich sogar noch lieber als deine Boxershots. Hast du gerade gesagt, einen Hoden in die Ohren stecken? Einen Hoden in die Ohren stecken, ja. War doch richtig, oder? Hä, wohin? Also ich bin oben drüber gefahren und bin rausgefallen danach. Ich bin oben drüber gefahren, das hat auch super funktioniert und dann bin ich einfach unter die Tube gekommen. Ähm, gut. In einer Scherenbewegung. Ja. Mit dem Tipp müsst ihr euch nichts aufsetzen. Einfach nicht so schnell respawnen. LOL. LOL. Hab ich es gerade geschafft, oder was? You are welcome. Hä? Doch. LOL. Nein. Hören Sie auf, Deko. Hören Sie auf. Äh. Äh, hallo? Ich war hier schon wieder am respawn, Alter. Ja, ich hab hier schon gerespawned. Da hab ich schon wieder gerespawned. Aber, wie kommen wir da jetzt hoch? Ja, ich denke einfach hier gerade ausfahren, ne? Zum Punkt. Okay. Also ich mach jetzt einfach mal Bords of Steel. Alter! Bords of Steel, Alter! Ich sag's doch! Zacko! Der Easy Extreme Gamer aufgeholt, ne? Man kennt ihn. Er hat gar keine Chance. Man kennt ihn, Alter. Extreme Gamer. Man sieht schon gar keine Chance gegen uns. Ja. Alles klar. Tschüss. Da hat er auch hart verkackt hier an der Stelle. Oh, nee. Oh, hallo! Lol. Äh. Hä? Verdammt. Ja. Nein! Lol! Okay. Ich spring einfach raus. Ja! Ja, ha, 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 ha! Hä? Hallo! Kann ich unter dem Pfeil durchfahren oder wie? Nein, das war so karmisch! Die Kommandantra da! Hallo! Komplett nach oben ziehen! Komplett nach oben ziehen! Ja, hab ich gemacht! Da war nix! Hä? Doch, da war der Punkt. Oh, mit Annäherung. Oh, okay. Baby! Hä? Wo denn? Nein, 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 nein. Komplett nach oben ziehen! Zum Punkt! Vielleicht will Punkt eingesammeln. Keine Ahnung wie. Lol. Oh mein Gott. Wo ich den Pfeil schon wieder getriggert hat, Alter! Oh! Alter, wo Marvel schon wieder umfährt. Ja, ja, das sieht gut aus! Oh! Hilfe! Ja, ich hab den nächsten Punkt! Hallo, Baby! Oh mein Gott. Ja! Ich wär jetzt nicht warten sollen. Aber alles ist unsichtbar. Das ist so böse. Hä? Hä? Okay, der nächste Punkt ist einfach unten. Muss ich... Kann ich mir den einfach so holen? Einfach nur folgen. Okay, also nicht... Oh, hi Deko! Hallo, ich höre Marvin! Ich würde sagen, wir haben beide Extreme Game überholt und jetzt platziere ich eine Annäherungsmine. Kann ich auch hier droppen? Perfekt! Perfekt! Ah! Okay, nicht so schnell respawn, heißt es wieder. Ich glaube aber... Ich glaube aber, Extreme Game hat es auch geschafft jetzt. Er würde gleich... dürfte jetzt auch hier sein. Ja, hi! Junge! Hä? Hier fliebt nix. Okay. Yo, ein unsichtbarer Flip! Alright! Alter, das wär richtig geil! Unsichtbarer Flip! Das ist geil! Okay, ich bin schon wieder ein bisschen lost hier bei den beiden. Okay, hier oben fahren, so. Oh, danke für den Speed. Ja, oh, das hat gut funktioniert! Schieb mich! Ich hab ihn! Zieh nach oben, Mann! Oh, ich war zu langsam. Ein bisschen schneller noch. Uh, okay. Hi! Ja, okay. Ja, beim zweiten... Ja, okay. Hit, ja. Oh, 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 Windschatten, Windschatten. Dankeschön! Wir haben beide verkackt. Richtige Pros, ey. Und ich fahr direkt in den Niesenheim. Oh, Digga, Karma-Schelle. Karma-Schelle. Okay, ich warte. Alter, lass mich vor, bitte. Lass mich vor! Ja! Ja! Hey, unsichtbarer Lieb! Alter, ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Kante in dem unsichtbaren Teil aufhört, Alter. Ey! Ich muss es doch schaffen, Mann! Ja, er hat es auch nicht geschafft. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut! Oh! Bitte! Bitte, rette dich! Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Ey, das ist so... Bisschen verzweifelt, ey. Ich hab's irgendwie einigermaßen, das war nicht ganz so gut. Hat er's? Er hat es! Er hat es, scheiße. Ne, er hat es nicht. Oh, zum Glück. Ja! Oh, jetzt aber? Jetzt hab ich's! Oh nein, das war so schlecht. Sehr gut, Deko! Sehr gut! Weiter! Digga, wer ist dieser... Nein, du schufst wieder alles uns. Unsichtbar! Junge, ich halt einfach nur irgendwie... Digga, da ist ein Pfeil. Ich nehme an... Loil... Gibt es hin! Gibt es hin! Unsichtbar? Was soll ich sagen, Alter? Ich bin rausgefallen. Ich wollte an der Wand zu dem Pfeil hinlenken und dann bin ich rausgefallen. Okay, unten oder oben bist du rausgefallen? Unten. Jo, ich bin oben rausgefallen. Du musst schon zu dem grünen Pfeil. Speed-Möwe! Fuck, ich seh ihn nicht! Warum nicht? Guck ihm zu, ich fall hier hinterher! Ich hab keine Ahnung! Hier? Nein! Noch weiter unten fahren! Okay, ich bin hinter dem Pfeil durchgefahren. War das richtig? Nein, da ist der Punkt! Oh! Ja, du musst hinter dem Pfeil durchfahren, an der Mauer nach unten ziehen. Dann fängt da unten an dem Teil wieder ein Warright an und da musst du dann ein bisschen nach oben ziehen, weil du in die Tube rein musst. Also ich schätze mal so... 35 Minuten oder so, das kann man die gut schaffen. 35 Minuten Challenge? Okay, Muchach, ihr seid gefragt. Zeugt die Map gerne selber. Ihr wisst jetzt ja, wo es lang geht. Mehr oder weniger? Wow! Digga, fast zu hoch gesprungen! Ja, ich bin jetzt extra... Diesmal bin ich richtig geil da unten gezogen, wollte hochziehen und bin direkt schon an die Straße geballert davor. Na, wartet er schon. Zerschießt mir die Reifen! Jawohl! So ein Gauner ist er also, ja? Oh, finally, Alter! Endlich hab ich's auch! Das war eigentlich so easy, ey! Ähm... Ja, ja, keine Chance, der. Keine Chance. Ach so, ich wollte wieder wenden! Hallo? Null! Hallo? Hey! Okay, da hat er mich, da hat er mich. Das muss ich ihn lassen. Warum sporkt man in die Richtung? Ist das falsch hier? Ich glaube, du musst rechten rum, oder? Rechts oder links rum? Ich weiß nicht mehr. Nee, rechts rum musst du. Außer du musst da rückwärts langfahren. Ich weiß nicht. Du musst rückwärts raus, ja. Ich kann nicht mal die Kriegsdoller, ey! Hallo? Weg mit dir! Okay, rückwärts. Machen wir wahr. Ja! Jetzt fahr ich rückwärts, aber auch falsch. Ja! Richtiger Genius-Mode. Du hast das rechts rum, ne? Ja. Ah, Marvin hat das. Wen hat's. Oh mein Gott! Wie soll man da die Spirale denn hoch? Ah, Marvin. Du musst einen besseren Winkel haben. Das kann Deko sehr gut. Ich vertraue dir auf Deko. Ah, ich hab's auffahren gesch... Alter, okay, das wird... Du musst auch ganz oben an der Spirale sein, Marvin. Okay. Kommt auch hin, alles. Aber es geht, glaube ich. Man kann's gar nicht schaffen. Oh, ho, ho! Ja! Nein, nein, Deko, nein, nein. Bitte nein! Bitte nein! Bitte nein! Alter, du hast ja über Speed das gehabt des Lebens, Alter. Hast du es geschafft? Ne. Ich weiß nicht, wie man das obere Drittel kommen soll. Ich schaff's immer bis zur Hälfte. Aber hier muss man sagen, hier hat Extreme Game auf jeden Fall mehr Skill. Nein! Das war doch so gut, Alter! Ist kein unsichtbares Ding. Das war ein perfekter Try. Ich bin ganz oben an der Kante der Spirale aus von weit runtergekommen, Alter. Aber direkt überdreht. Weiß nicht, was ich übrigens überdreht machen soll. Das hat mich beim Testen auch zur Verzweiflung gebracht. Ja, die Tress werden besser. Ja, ja, ja. Wie hast du es jetzt geschafft? Die leeren Kurbel ist da. Was, ich? Ja, du? Hartes Training! Ähm. Ich überdrehe mich immer nach oben. Ich weiß nicht, warum. Längst du dagegen? Nein, eigentlich. Also ich versuch's jetzt, aber bis jetzt noch nicht. Also Schmuck. Oh! Ich bin so über die Kante drüber, aber das ist zu langsam geworden. Sag dir, wir schaffen's gleich. Ist jetzt eben so ein Master-Ding. Ja! Harry Potter ist mein Zeuge! Finally! Alter, aber die Wendung läuft jetzt ja Butter-Schmoof. Tatsächlich kann ich die mittlerweile ziemlich geil. Also wenden ist kein Problem mehr. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen weiter oben fahren bei dem War-Ride. Also bei dem ersten War-Ride. Wenn ich das mal so aussuchen könnte, würde ich das auch machen. Ne, bei dem ersten, das kannst du doch... Hier, kannst du doch. Einfach oben weiterfahren. Drehst du im Notfall noch eine Runde rückwärts. Das weiter oben. Ich kann mich irgendwie da richtig rumschieben lassen. Beko, weiter oben fahren. Ich hab doch sogar am War-Ride so nach oben getippelt, Alter. Nein, bei dem ersten Stück schon. Wo du gerade auffährst. Ja, da hab ich nach oben getippelt. Das ist der War-Ride. Ja, dann fahr mal beim Grün auf. Du fährst immer beim Gelben auf. Fahr mal komplett oben. Das ist einfach der goldene Tipp, Alter. Ich hab wirklich nie drauf geachtet, dass ich wirklich gezielt oben auffahre. Ja! Ja, genau, Alter! Alle miteinander weg! Gib ihn! Hier drauf! Hey, ich komm vom Spawn aus nicht mal in die Bremse rein. Du musst komplett nach hinten fahren. Hab ich so ein bisschen was hingebaut, das soll dir zeigen, dass du nach hinten fahren sollst. Bis an die Wand. Nein, Windschatten! Warum? Oh, dadurch hab ich aber richtig Schmuf geschafft. Wo muss ich denn überhaupt lang fahren hier? Da oben! Alter, dann fahr ich hier lang, hier. Ah, okay. Alter, mit Windschatten war es gerade richtig geil. Gib mir doch mal Windschatten hier. Keinen Fall. Aber ich dropp einfach die ganze Zeit nach unten. Naja. Wie soll man das denn ohne Windschatten Lexus mit hinkriegen? Du musst irgendwie einen anderen Winkel haben, dass du mehr nach vorne Power bekommst, ne? Ja. Nur die Bremse musst du richtig geil machen. Alter. Die Frage ist, ich weiß halt immer bei dem Bremssprung, ich hab immer keine Ahnung, was jetzt, welche Stellung jetzt dafür verantwortlich ist, wenn du weiter nach vorne kommst. Oh! Oh mein Gott, das ist so krank, ich darf so halten. Hm. Komm, Magic Triad! Gib's mir! Uh! Uh! Oh, ich hätte es gerade mit Windschatten schaffen müssen. Ja, richtig albern. Ich weiß halt nicht, was genau man ändern muss. Oh, das war ein geiler Try, ja. Ja. Oh! Aber ich rutsche auch so sehr. Ja. Aber X-Rame-Game hat es auch noch nicht. Sehr schön. Er hört gerade schon mal weiter, oder? Wahnsinn, nicht. Ja, er hat es ge... 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 Geil! Geil! Amui, geil! Ne, gar keine Chance, Alter. Ich hab es nur nicht einmal geschafft, an dem Ding mich abzufangen. Ne, ich aber auch noch nicht. Ohne Windschatten noch nicht. Ich hab einfach null Chance bei der Rettung. Gar nicht, ey. Kein Stückchen. Ich hab verkackt. Was? Du hast ja noch verkackt? Nein. Wie konntest du da noch verkacken? Hau! Du musst mit einer Rampe dann hoch zum Punkt sprengen. Ja. Alter. Ich hab sogar Windschatten bekommen von Marvin. Ja, gönn dir nochmal Windschatten. Angelegen, um sich irgendwo zu halten, Alter. Schon wieder Windschatten des Todes. Woa! Torpedo! Windschatten muss aber aufpassen, weil da fliegst du meistens über den Speed drüber. Ja, ja. Über die Bremse, ja. Ein bisschen Windschatten kann man sich aber gönnen, ja, ja. Gönn mal ein bisschen. Machen wir den Gönnyamin. Ich weiß, ich verstehe nicht, wie man sich fangen soll, weil du verlierst dich noch an Grip. Da, wo du das Teil gerade ist, da hast du wieder keinen Grip mehr. Er hat es schon wieder. Irgendwas macht er anders. Ich verstehe einfach null, wie das klappen soll. Kein Stück. Oh, hab ich es jetzt auch? Ja, oh, endlich. Endlich! Ja! Okay. Fullspeed muss ich wahrscheinlich fahren. Wieso kommt der denn so weit oben an den Scheiß wieder dran, Alter? Wenn du dich weiter überdrehst und früher schon dagegen kommst, bevor du auf die Bremse kommst, dann gehst du mehr an Höhe. Ja, aber da habe ich doch gleichzeitig, also ich habe mich jetzt gemacht und ich bin trotzdem nicht großartig höher gekommen. Aber da hast du auch gleichzeitig noch weniger Speed nach vorne wieder. Aber du hast mehr Zeit, dich abzufangen. Äh. Hallo? Okay, was muss ich jetzt machen und wieder zurückfahren? Also gefühlt komme ich kein Stückchen weiter hoch. Okay, das war falsch. Ach, da muss ich langfahren. Okay, oben. Guck mal lieber, wollen wir mal. Ich hoffe, das ist richtig. Nee. Abfahrt! Oh ja, das ist auf jeden Fall richtig. Den kompletten Kack zurück, ne? Boah! Ja, hier noch oben springen. Wenn sie hier noch oben springen. Ich glaube, es wäre nach oben springen gewesen. Ja. Jetzt einfach Fullspeed, komm. Richtig Fullspeed! Ich habe leider immer noch überhaupt nicht den Anleihren, also keinen Anhaltspunkt, was ich hier anders machen soll. Wannst du leider auch nicht sagen. Okay, das Gefühl, wenn ich mich mehr überdrehe, dann lande ich noch weiter unten. Also wenn ich länger nur um 5, nur um 8 drücke, dann bin ich noch weiter unten. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier machen muss. Oh mein Gott, oh mein Gott. Extreme Gamer, die Speeds sind viel zu krass. Du musst ja abbremsen bei der Rampe. Du musst nur kurz vorm Gas gehen. Oh. Oh, das ist ja richtig böse. Gut, kurz vorm Gas gehen. Oder versuchen direkt reinzukommen. Das wäre natürlich auch nochmal lecker schmecker. Ich lande ja schon immer fast ganz unten am Warlord. Ich glaube, du fängst, du fängst bis später an, um abzutreten, Geco. Das sind das, wenn du dich nicht schnell genug überdreht kriegst. Oh, ja, Hasime! Mitsubishi Tabagotchi! Marvin hat's oder was? Marvin hat's! Muss ich nur noch hier einen Lümmelsprung schaffen, komm. Den Lümmler! Den Lümmler! Ah, da ist der Ziegenmann! Oh, der sieht ja geil aus! Bis auf die Augen, die wurden leider durch was anderes ersetzt. Die Augen müssen feuerrot sein, aber sieht cool aus. Ich weiß nicht, ob man Feuer rausspringen muss. Nein, schon wieder muss jetzt viel Feuer raus! Warte! Was? Oh mein Gott, du bist so böse! Du bist so böse! Warum respawn ich die ganze Zeit? Oh mein Gott! Ich hab's gerade nur gesehen, Extreme Gamer, weil ich ausgestiegen bin. Meine Leiche ist da richtig hart aufgeprallt. Aha! Ah! Okay, dann ist ja easy! Okay! Bis ans Ende fahren einfach! So, und jetzt? Ja! Ah, jetzt seh ich die Augen! Blaue Augen! Booyoko! Dankeschön, Extreme Gamer! Geile Map! Auch wenn du so lange gewartet hast, wir müssen uns ja regelkonform machen. Loser aus 1, Map aber auch 0. Die Gamer, wenn ich bei dir kurz zuschaue, dann schafft das. Ich hab ein richtig Problem hier mit dem Rausspringen auf die Rampe. Ja, hab ich gesehen. Oh! Oh, der war schon moved! Hat das? Oh, endlich, Alter! Okay, ganz oben ist jetzt ein schmaler Warad. Den musst du bis zum Ende durchfahren. Komm, dann schaffst du First Strike. Komm! Ja, bis zum Ende durchfahren einfach! Alter! Oh, okay, der wird zu langsam weg. Da hat man reinten ja schon die Bazooka vor. Du musst! Einfach bis zum Ende durchfahren. Ja. Nicht wundern! Warte einfach! Ja, du siehst ja eh die Autos. Da hatte ich schon beim First Strike Respawn. You are welcome! Ja, würde ich sagen, zweiter, ne? Schade, ich stream ja für dich. Ja, schade. Das war Lu, so, ich lös. Abgestaubt. Mepperbauer, SRFP, vielen Dank ich, Scream Gamer. Für deine Zeit, für deine Mühe. Wer es euch gefallen hat, daumen nach oben, ist dann reingehauen.